Die verteile ich morgen in der Uni. Das ist Wahnsinn. Halt! Stehenbleiben! Wir sind verhaftet. Fräulein Sophia Magdalena Scholl? Ja. Geboren am 9.5.1921 in Feuchtenberg. 21 Jahre. Wollen Sie nachlesen, was auf Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Gefängnis? Zuchthaus? Oder Todesstrafe? Gesteh denen bloß nichts. Es gibt nichts zu gestehen. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben! Ja. Und ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf. Da hast du mögen die Flugblätter. Was ist das ganze in diesem addict? Vielen Dank.